Everyday I'm Shelfeling Hallo! Aaaaaah! Ich hab kein... Ich hab... Ich brauche nen Schwer. Aaaaaah! Aaaaaah! Geht weg! Hier, geht weg, Kitty! Hier ist auch noch einer! Aaaaaah! Hier, ich seh seine Hirnmasse! Komm her, du! Oh, oh! Eine Spinne sind in mir! Und da ist ein Enderman! Aaaaaah! Was für ein, äh... Die Musik ist viel zu entspannt hier im Hintergrund! Zumindest hab ich grad den... Minecraft Musik an! Ich komm nicht mehr hoch zu uns! Puh! Wir sind wieder in Sicherheit! Drogen! Und ich hab kein Fleisch! Ich hab nur Gammelfleisch! Hast du da was zu essen? Pff, ich hatte nie was! Aber jetzt kommt auch noch ein Creeper! Ja, komm! Komm rein! Mach die Tür zu! Ich bin zu breit für die Tür! Hier, Gammelfleisch! Puh! Okay, der Mond geht langsam auf! Äh, unter... Ne, ist doch mitten... Wir haben noch den ganzen... Ne, die Sonne geht da hinten auf! Cool! Ja, super! Ähm... Okay, also nächstes Ziel... Ist irgendwo... Ähm... Stein abzubauen! Ich hab nur noch zwei Herzen, ey! Zwei Herzen? Ich bin nicht... Zwei Herzen hab ich nur noch nicht! Ich bin nicht voll geworden! Ja, okay! Dann bleib hier drin! Aaaaaah! Was ist da ein Creeper? Und zwei Ender und eine Spinde und... Ja, okay! Aber das erledigt sich ja gleich, wenn die Sonne aufgeht! Aber... Wo ist die Sonne? Ach, da hinten ist die Sonne! Jippie! Wir sehen sie nicht! Warte mal! Ich mach hier mein Fenster rein! Und zwar... Ah, das ist ja ein bisschen doof jetzt! Wir haben keinen Sand, ne? Und wir haben keinen Ofen! So! Hallo Sonne! Was bin ich denn? So! Oh, da ist ein Dings weggeflogen! So, ne? Oder wollen wir einen... So ein täteres Baustein machen! Diesen Ding Ding Ding! Diesen hier! Nee! Nicht? Okay! Na gut! Dann... Äh... Sollten wir nochmal... Jagen gehen! Sind sie weg? Nein! Der Enderman ist... Ah! Oh, Entschuldigung! Sehr gut! Aber er ist abgehauen! Ja, der... Der hat mich angesehen! Ich hab ihn geschlagen! Der ist hier in der Nähe! Der kommt gleich wieder angeflogen! So! Ich muss hier... Stein ab... Das ist... Das ist kein Stein! Das ist... Ich muss essen, Alter! Ich muss essen! Dann... So! Es ist zwar... Unschön, wenn ich das hier abbaue, aber... Uah! Ein Creeper! Uah! Hab ich ein Glück! Dass der mich nicht gesehen hat! Das denkst du! Und jetzt kommt er von hinten! Ich brauche neun Steine! Dreck! Äh... Was ist denn das hier? Und? Was gefunden unten? Wir bräuchten vielleicht auch ein bisschen... Äh... Kohle! So! Ich werd erst mal uns ein paar Steeks braten! Aber ich hab keine Kohle! Das heißt, ich muss... Holz dafür nehmen! Also ich bräuchte jetzt hier erst mal zu essen, ey! Ja! Sag ich ja! Wir bräuchten... Dafür halt Holz! Oder Kohle! Das ist noch nicht so optimal! Ich glaub ich eben mal auf die Suche! Auf was? Nein! Auf die Suche! Tschüss! Und wir sahen ihn nie wieder! Ich baue mal ein bisschen Stein jetzt hier ab! Ja! Ich hab ein bisschen Stein auch abgebaut! So! Raw Beef! Und wir packen da rein... Wooden Planks! Ja! Ja! Das war ja richtig Action hier, ne? Vielleicht zu Beginn! Das hast du genau richtig erkannt! Und... So! Hier nochmal schnell... Restholz abhauen! Aber das kriegen wir wohl nicht so richtig weg! Eine Höhle! Ja? Boah! Ne! Ich glaube das war nur so'n... Nur so'n... So jetzt... Ich hab jetzt hier Steine! Was mach ich jetzt? Einen Huhn! Werf Eier! Ja! Gut wäre natürlich... Ah! Kohle! Ich seh Kohle! Ich seh Köhle! Schalalala! Ich seh Kürbis! Schalalala! Ich seh Kürbis! Schalalala! Womit baut man denn Kürbis ab? Mit Schaufel oder? Mit den Fingern! So, damit wir hier mal wieder Sonne haben... So, da ist ein Ei! Aber was kann man mit Eiern anfangen? Da kann man Brot backen oder was? Äh... Kuchen! Was hat denn eine Spezialität hier? Nein! Das ist so weit drunter! Aua! So, wir brauchen auf jeden Fall... Dreck! Ich muss irgendwo Dreck abbauen! Jede Menge Dreck! Damit wir das Gebiet da oben... Vielleicht auch mit einer Schaufel kann ich abbauen, aber naja... Das ist nur ein Gerücht, dass man sowas kann... Ähm... Ja... Wo bist du denn jetzt eigentlich? Komm her, du Gammelhuhn! Ich krieg dich doch eh! Und dann verbrate ich! Ja, das kannst du machen! Ah! Dafür ist meine Schaufel jetzt drauf gegangen! Zack! So! Da ist noch eins, das nehmen wir auch noch gleich mit! So, ich hole... Oh, ich sehe sogar Kohle! Das ist gut, aber... Nicht so optimal! Hier, das können wir alles mitnehmen! So! Ich misshandel ein bisschen die Gegend, aber... Das ist mir eigentlich ein bisschen egal! Hauptsache wir haben erstmal ein paar Rohstoffe! Ja, ich bin auch gerade dabei, welche zu besorgen! So, jetzt stehe ich hier und singe! Kommen Sie von nah und fern! Oh, was ist das denn? Samen, achso! Soll ich ein Dame! Soll ich mit Samen! Wer hat Samen gesagt? Samen! Samen! Trademark! Habt ihr auch den schönen Namen Samen und werdet ihr auch immer abgekürzt mit Samen! Statt Samen! Ja, normal! Standard! Standard! Das ist doch richtig Ständer! Das ist so Ständer, ey! So! Okay! Ich muss hier irgendwie einen besseren Aufstieg machen! Am besten sogar mit einem Geländer oder so! Sonst... Oder mit Ständer! Ständer-Time! Doppelstände-Time! So, hier mal rein wieder! Ähm... Was wollte ich jetzt machen? Ach ja, genau! Ich wollte... Zwei Schaufeln oder so machen! Ah, da sehe ich gerade! Ich brauche erstmal... Holz! Aus dem Holz... Mach ich... Ein paar davon! Wenn du essen willst, kannst du natürlich vorbeikommen! Wir haben, ne? Okay! So, dann vielleicht noch eine... Steinspitzhacke! Mh, 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 mh... Sami! Komm vorbei! Cody! Cody! Wir bräuchten vielleicht auch eine Kiste und alles andere auch! So die üblichen Sachen! Was man alles so braucht, ne? Ich will genau auf seiner Seite! Oh, was da dann? Das ist Cobblestone oder wie das heißt, ne? Den Stein, den wir benötigen, genau! Den wir benötigen? Mhm! Um daraus Werkzeuge zum Beispiel zu machen! Hast du den schon gesehen? Wie? Ja, klar! Oder Kiesel oder wie das heißt, ja! Das ist doch Cobblestone! Cobblestone ist ganz normaler Stein! Ne, ich meine... Was ist das denn hier? Dieses... Was ist das? Gravel! Ja, genau! Gravel! Was ist Gravel nochmal? Gravel! Ich kann damit nichts anfangen, irgendwie! Kies! Das ist aber irgendwas anderes! Kies ist das! Da kriegst du Flintstone raus! Flintstone! Kies! Falls du dich daran erinnerst! Feuerstein! Habe mir gerade gesagt! Nein Mann, das kann nicht sein! Ja, ich glaube, komm! So... Jetzt möchte ich irgendwo ein bisschen... Ähm... Ich könnte das hier ein bisschen ebnen! Fürs Abbauen bekommt man Feuerstein? Ja, von Kies! Wenn du Kies abbaust, kann da Feuerstein frei rauskommen! Cool, ich habe ein paar Feuersteine bekommen! Ja, das heißt, wir können ein Portal machen! Aber das werden wir noch lange nicht benutzen! Hippie! Ach, da oben ist unser bisschen zu weit gelaufen! Ja... Und ich dachte, hier wäre unser... Ne, ne, du bist schon recht weit gelaufen! Auf der anderen Seite bist du! Da ist eine Höhle auch auf der Seite hier! Ja, das ist gut! Höhlen sind gut! Da haben wir was zum Erforschen! Da ist auch Kohle und so! Mhm! Ist das eine richtige Höhle oder nur so ein kleiner Eingang sozusagen? Ich... Ich guck mal! Tschüss! Scheiße! Pfff! Das Wasser war nicht tief genug! Verdammt, ey! Ja, und das Witzige ist, dass wir ja noch nirgends geschlafen haben! Wir hätten uns nun mal nach einem Schaf umsehen müssen! Mhhh! Ja, da musst du mich leider spawnen! Das finde ich ja nie wieder! Uh! Aha! Du kannst deine Leiche nochmal einsammeln, ne? Ja, wohl! Dein Kadaver! Ich weiß aber nicht mehr, wo ich war! Ja, du warst genau da die Richtung! So! Ja, das ist so komisch, dass ich... Ey, bei Minecraft bin ich echt wie so eine Frau, ey! Das geht echt mal! Hallo, liebe Damen! Ihr könnt schreiben! An! Was noch bei... Bei... Hör mal, wer da hämmert! Ja, ja! Für... Für Dings, ne? Wie hieß der noch? Tim... Al Borland hat das immer gemacht! Er hat geschrieben... Für Beschwerden an... Tim... Äh... Dü-dü-dü-dü... Tim Taylor, genau! Tim Taylor! Mehr Power! Mehr muss man nicht wissen! So, ich darf mal hier alles ein bisschen renovieren! Eigentlich könnte ich auch Sand mitnehmen hier, ne? Wenn du das möchtest, ja! Könntest du! Boah, krass! Da ist ein Bogenschütze! Nix! Es ist schon wieder dunkel! Wir haben immer noch kein einziges Schaf gefunden! So! Ein bisschen Dirt haben wir auch schon! Unsere Prioritäten setzen wir halt! Ähm... Denk dran, dass du essen musst, ne? Denk ans Essen, mein kleiner Dambo! Ne, jetzt bin ich ja wieder voll! Achso! Okay! Na gut! Ich bin wieder voll! Das kennen wir von dir! Das kennen wir von dir! Das kennen wir von dir! Mhm! Willkommen im Tiny Chat! Oh Mensch! Hehehe! So! Hier! Ein bisschen einmal so Plateau mäßig, damit wir hier was haben! Guck mal! Dann können wir auch gleich Glas machen, wenn ich hier Sand mitbringe! So! Ahhhh! Bäm bäm bädädädädädädäd! Everyday am Schaufeln! Ja! So! Mal gucken, ob wir das hinkriegen hier! Einen ordentlichen Aufstieg zu machen! Ach du meine Güte! Da habe ich ein Loch reingebuddelt! Äh... Es wird gleich wieder Nacht, ne? Ja! Bei mir ist es schon fast Nacht! Aber ich... Ich sehe die Kohle da so schön! Ja! Nehme ich sie mit oder gehe ich? Na ich gehe! Ich weiß ja wo ich bin, ne? Mhm! Die kommen zurück nach Hause! Okay! Wenn ich es noch schaffe! Mir kamen schon Zombies entgegen! Oh! Oh! Da ist Kohle! Mhm! Ach doch! Nicht mit der Axt! Was mache ich denn da? Mhm! 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 So! Das ist kein guter Aufstieg bisher! Was? Ich mache hier einen Aufstieg gerade! Und versuche das ein bisschen abzusichern! Aber... Naja! Sicher ist was anderes! Wieso kommt da denn immer mehr Kohle? Ich wollte nur ein bisschen abbauen! Ja! Weiß ich nicht! Kann ich dir auch nicht beantworten! Das wird auf jeden Fall alles hier noch optimiert werden müssen! Komm schon! Ich muss nach Hause! Es ist dunkel! Mama hat gesagt, ich muss rein! Ja! So! Und jetzt habe ich hier ein Problem! Ups! Oh oh! So! Okay! Ah! Das war... Mhm! Suboptimal! Also wenn du sehen würdest, was ich hier baue, dann würdest du auch nur mit dem Kopf schütteln! Bin auf dem Weg! Muss ich hin? Da muss ich hin! Mhm! Boop! 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 Woooo! Das ist ja unser Intro, oder? Das müssen wir da machen! Jaja, richtig! Everyday im Schaufling! 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 Wenn du nen Schaf siehst, bring es um! Und hier gibt's keine Schafe! Das ist schlecht für uns! Und ich hab nur noch drei ... In der ganzen verdammten Map gibt es nicht EIN' Schaf! Das wär Wasser! Ja, ich habe bisher noch kein einziges gesehen, das ist das Problem. Wir sind an einem falschen Ort. Dafür habe ich hier Hühne on mass. Und Bogen-Schützen kommen auf uns zu. Ich bringe sie mit. Ja. Mhm. Ich habe gerade gedacht, was passiert? Was kommt hier? Was kommt hier? So, haben wir eine Truhe? Nee. Mal eine Truhe bauen, würde ich sagen. Ja, und ich werde mal kurz ein Steak mir reinhauen. Willst du auch was? Ja. Nee, danke. Ich wollte gerade mal eine Truhe bauen. Wie macht man die da nochmal? Holz im Kreis, mittelfrei. Ach so, mittelfrei, okay. Zack. Wir brauchen irgendwie ein Dach. Die ganze Kälte der Nacht kommt hier hinein. Die Kälte des Universums fällt hier runter. So. Was sagt dein Timer? Sind wir in der Zeit? Mal gucken. Ja, könnte schon fast wieder 15 Minuten Grenze erreicht sein. Ja, wir müssen ja sagen, wir wollten diesmal uns wirklich strikt Parts setzen und die auch abschließen. Wir hatten das vorher ja einfach so durchlaufen lassen. Jetzt wollten wir wirklich, dass wir immer so 15 Minuten Parts haben. Das denken wir erst ganz gut so, ne? Ja, genau. So, ich muss ja gerade mal überlegen, wie war da nochmal, welche, ähm, ah, okay. Aha, Federn haust du schon mal rein. Ich hau hier Leder rein. Ach, das wird unsere erste Müllkiste, ja? Ja, ich hau sie gerade voll. Ne, die Schaffel brauche ich und die Erks brauche ich auch. Na gut, dass da Kohle ist. Kohle kannst du dann gleich in den Ofen packen. In den Ofen? Ja. Ist natürlich doof, dass wir jetzt den Ofen da haben. Aber wir werden hier auf jeden Fall unsere Betten hin machen, ne? Damit wir den Sonnaufgang so sehen können. In diese Richtung. Da ist ja der Sonnaufgang. Dass wir in die Richtung da schlafen, so. Weißt du? Sonnaufgang so sehen und so. Das wäre richtig schön. So, was, 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 was? Hast du eine Doppelbox draus gemacht oder? Jo. Dann müssen wir ein bisschen mehr Platz haben, ne? Ein bisschen, ein bisschen Platz muss man. Ich werde mal hier, ich werde mal ein bisschen, äh, pfuschen. Oh ja, guck mal, haben wir schon ein bisschen Licht. Ich sehe da, Gefährliches am Horizont. Genau. Genau, genau. Dann haben wir schon mal einen neuen Fußboden von Ikea. Holen wir uns noch Einrichtungen von Ikea oder eine neue Küche vielleicht? Gucken, wir sind ja hier fast in Schweden. Jo. Aber gröbst haben die Elche ja noch nicht, ne? Boah, Enderman. Alter, ich bin tot. Ach, du meine Güte. TP. Der hat echt... Ich dachte auch gerade, was, was, was kloppt mich denn da, ey? Hast du meine Sachen eingesammelt? Ja, hab ich. Was brauchst du? Alles. Warte. Schmeiß so, dass ich es aufheben kann. Wie weit sind wir denn jetzt schon wieder hier? Wo sind wir denn? Wie weit sind wir jetzt hier schon wieder gekommen? Was ist denn hier los? Was ist denn los mit den Dudes? Der Sack hat die ganze Zeit gewartet auf mich. Ich hab den heute Mittag sozusagen angeschlagen. Und, ja, jetzt ist er hergekommen. Ja, ja, ja. Komm her, du. Da draußen ist er wieder. Komm her, Mann. Er ist runtergefallen. Aber ich glaube, der lebt noch. Ja, tut er. Auf deiner Seite, auf deiner Seite! So, mach mal zu jetzt hier, die Butze, ey. Ja, wie denn? Ich hab ja keinen Dach. Ich hab nicht genügend Holz. Shit. Ah, ja, doch. Wir haben genügend Holz. Ich kann das nochmal probieren. Ist er wieder hier drin? Ich hör ihn doch. Aber wo? Was ist denn? Oh, an der Tür hat er geklopft, der Penner. Oh. Hast du ihn? Boah. Da hinten geht's nicht weiter. Ich hab ihn! Alter Schwede. Ich glaub, wir müssen mit dem in der nächsten Folge weiterkämpfen. Hey, alt Lauer. Hey, alt Lauer! Ich glaube, man! Scheiße, ich hab den Dreck. Ich bin den Dreck losgekommen, hier. Ja, hast du was gebaut hier rum, oder was? Nee, ich brauch Dreck. Ich brauch Dreck. Ich hab nix. Ihr habt nix. Du hast ihn gekillt, oder? Ja. Bäm! Juhu! Super. Ja, dann warst du auch mal erfolgreich hier. Ich komm nicht rein. Ich auch nicht. Die Sonne geht auf. Erfolgreicher Tag. Wir schauen in den Dschungel. Und sagen... Adios! Bis zum nächsten Mal.